Sind Sie den großen Aufwand beim Vorbereiten von Mahlzeiten leid? Haben Sie auch schon so oft geschnitten, gewürfelt, gehackt und gerieben, dass es ein ganzes Leben reicht? Warum mit Geräten hantieren, die viel Platz auf der Küchentheke und in den Schränken benötigen, wenn Sie all das mit einem einzigen, praktischen, handlichen, preisgünstigen Gerät erledigen können, das zudem Platz- und Zeitsparend ist? Wir präsentieren Nicer Dicer Plus, das alles in einem und einer für alles Multischneider-Set. Der Nicer Dicer Plus wurde nach deutschen Qualitätsstandards und mit jahrelanger Erfahrung entwickelt. Kein mühevolles Kartoffelschneiden mehr, schneiden Sie eine ganze Kartoffel in Nu. Und mit Nicer Dicer Plus können Sie Kartoffeln nicht nur auf eine, sondern auf elf verschiedene Arten schneiden. Warum beim Zwiebelschneiden Tränen vergießen? Der Nicer Dicer Plus schneidet eine ganze Zwiebel auf einmal in Sekundenschnelle. Schneiden Sie so schnell wie ein Profikoch Tomaten. Alle Zutaten für herzhafte Salate. Oder bereiten Sie einen Obstsalat in weniger als 60 Sekunden zu. Der Auffangbehälter ist durchsichtig und äußerst stabil. Servieren Sie direkt im Behälter. Oder Frischhaltedeckel drauf, stapeln und platzsparend aufbewahren. Die Behälter sind ideal auch zum Mitnehmen, zum Beispiel für Partys. Nach Gebrauch einfach abspülen oder im Geschirrspüler reinigen. Die Einsätze lassen sich bequem und praktisch im Behälter aufbewahren. Der Original Nicer Dicer hat sich weltweit millionenfach verkauft. Und jetzt wurde er noch einmal verbessert. Sie erhalten das Schneidoberteil zum Aufsetzen auf dem Behälter. Die Selbstreinigungsfunktion im Deckel entfernt auch kleinste Reste. Die Klingen sind aus geschliffenem, rostfreiem Edelstahl und äußerst robust. Sie erhalten den Messereinsatz für kleine und mittlere Würfel und Stifte. Den Messereinsatz für große Würfel, dickere Stifte und Scheiben. Und den Messereinsatz zum Achteln und Vierteln von Eiern, Obst, Kartoffeln und mehr. Dazu den einsetzbaren Schneidstempel und die Messerabdeckung. Außerdem erhalten Sie den Sparschäler mit beidseitig gezahnten Klingen, der in beide Richtungen schält. Und das Rezeptheft mit leckeren Rezeptideen zum einfachen Nachkochen. Und zusätzlich den Frischhaltedeckel zum Frischhalten und Aufbewahren. Da erhalten Sie außerdem den Hobel-Einsatz gratis dazu. Einfach auf das Gerät setzen, schon können Sie Obst und Gemüse ultraschnell schneiden. Der Schneidguthalter macht das Schneiden sicher und schützt Ihre Finger. Und nach dem Schneiden einfach den Klingenschutz einsetzen. Den Hobel-Einsatz erhalten Sie gratis dazu. Und das ist noch nicht alles. Sie erhalten außerdem den Reibeinsatz. Einfach auf das Gerät setzen und Sie können Käse und vieles mehr sauber in den Behälter reiben. Dazu erhalten Sie die praktische Schutzabdeckung. Auch die Reibe bekommen Sie gratis dazu. Das alles erhalten Sie. Das Schneidoberteil mit Reinigungsknopf und Auffangbehälter, die Messereinsätze, den Schneidstempel und die Messerabdeckung, den Sparschäler, den Frischhaltedeckel, das Rezeptheft, den Hobel-Einsatz und Reib-Einsatz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.